Holger's Hessen, diesmal geht es um einen handfesten Umweltskandal auf der Zeitreise mit Holger Weinhardt. 1986, als er erst drei Monate bei der hessenschau war, da bekam er einen Tipp. Im Westwald von Darmstadt wimmele es vor Toilettenabfällen direkt aus der Kanalisation. Dieser Skandal sollte sich über Jahre hinziehen. Ein Jogger damals im Westwald von Darmstadt und es sah übel aus um ihn herum. Präservative, Duftsteinhalter, Slip-Einlagen, kurz, alles aus den Klos der Darmstädter, rauschte regelmäßig und ungeklärt bei starken Regenfällen aus dem Überlauf der Kanalisation. Inzwischen Geschichte, aber was für eine. Der Westwald heute nach einer gewittrigen Nacht, aber es sieht trotzdem ganz anders aus als damals. Seit 20 Jahren ist es sauber. Sie hat damals alles dokumentiert und eine Bürgerinitiative war auch sofort zur Stelle. Ich meine, es sind 20 Jahre, es ist eine lange Zeit. Ja, es sind so viele weg. Und all die Mitstreiter, es ging ja nicht nur um die Abwässer, wir haben ganz viel gemacht hier zum Walderhalt, sind nicht mehr da. Hm, das ist dann doch eine lange Zeit. Ich habe ja damals eine Ausstellung gemacht, das betraf jetzt die Abwässer, weil der Wald war ja zeitweise überflutet. Es war natürlich ein Möbleswasser, es stank. Ich bin mit Gummistiefeln darum gestiefelt, hatte meine Leica, als ich fertig war, hatte meine Leica innenfeuchtigkeit und ich musste einschicken. So sah das aus, wenn die Fluten nach starkem Regen kamen. Sogar an die Musik, die wir damals verwendet haben, konnte sich Frau Moon jetzt noch erinnern. Ich ging durch einen Graskröbel in einen Wald und hörte die Vögel ein Singen. Spaziergänger fürchteten in solchen Situationen fast um ihr Leben und konnten die Fäkalfracht kaum fassen. Das ist eine richtige Scheiße, kann man gut sagen. Als erstes schritt das Landwirtschaftsministerium ein. Ich habe mit unseren zuständigen Leuten vom entsprechenden Forstamt geredet, die bestätigen mir das. Und wenn diese Sauerei so ist, muss ich schleunigst abgesteckt werden. Mit Initialen auf dem Nummern-Schild kommt Peter Niederelts immer noch im Ministerium. Das hat sie sofort wiedererkannt, am Nummern-Schild. Am Nummern-Schild, ja. Arnulf Rosenstock, der Forstamtsleiter damals, hat eine Erklärung für alles. Andere Städte leiten das in ihre Flüsse und man sieht es nicht. Und hier in Darmstadt, die haben keinen Fluss, die haben den Darmbach und der läuft in den Kanal. Also was wollen sie denn machen? Die Darmstädter Stadtregierung aber verkaufte ihre illegalen Einleitungen damals als genehmigt. Stadtbaurat Rösch war sowieso beleidigt. Die ganze Geschichte auch von ihrer journalistischen Arbeit sehr unfair. Tatsache ist, sie haben bis vor drei Wochen überhaupt keine Genehmigung gehabt, haben es 20 Jahre gemacht. Und seit drei Wochen haben sie eine befristete Duldung, nachdem ihnen das Regierungspräsidium Druck gemacht hat. Wie soll ich denn das verstehen? Wie soll ich das verstehen? Wieder die Dinge zu kolportieren. Sogar die Staatsanwaltschaften haben da Ermittlungen auf, wegen Grundwasserverunreinigung. Kaputte Bäume, aber Umweltkoordinator Holz redete sich raus, das Wasser sei schließlich zwölffach verdünnt. Sodass von einer Abwassereinleitung direkt in die freie Landschaft überhaupt nicht gesprokt werden kann. Sie haben von einer Sauerei gesprochen. Das finden Beamten schon ungewöhnlich. Ja, manchmal dürfen Beamten auch ein klares Wort sprechen. Sie wissen auch, wie die Geschichte ausging. Joschka Fischer hat Weisung erteilt als Umweltminister später, Jahre später in den 90ern und hat gesagt, das muss sofort aufhören. Ich bin sicher, dass dann dieser Misstand aufhört. Es geht ja auf Dauer nicht, dass hier, Entschuldigung, das harte Wort die Scheiße in den Wald läuft, wenn es zu viel regnet. Nach einem Dutzend Hessenschau-Berichten war es in den 90ern soweit. Die Stadt baute auf Weisung aus Wiesbaden ein Rückhaltebecken, das heute unter diesem erhöhten Straßenabschnitt liegt. Hier ist ja ein großer Kanal verlegt worden, der ein größeres Volumen hat. Der hat aber nicht gereicht. Und daraufhin hat man dann hier unterirdisch ein Rückhaltebecken angelegt, dass also Starkregen mit hoher Verschmutzungsrate erst mal abgefangen wurden. Aber es läuft immer noch, wenn es einen besonders starken Regen gibt, natürlich das nicht geklärte Wasser in den Wald. Aber das wäre angeblich technisch nicht anders lösbar gewesen. Das Problem ist also noch nicht ganz behoben, Herr Rosenz. Probleme sind nie ganz zu beheben. Wenn sie wenigstens gelöst werden, dann kann man doch zufrieden sein. Hier sehen wir den Höhenunterschied, den die Straße nimmt. Der Rest ist überwiegend Vergangenheit. Auch die Vernissage der Fotografin Ursula Moon, die 1990 alles zu einer Kunstausstellung verarbeitet hatte. Die Formen, die dabei entstehen, wo das Klopapier und so weiter vertrocknet, sind zum Teil schon wieder abstrakt und künstlerisch schön. Das hat mich natürlich gereizt. Sie tragen aber ihre Buttons weiter für den Westwald. Auch wenn heute ein Grüner die Stadt regiert und lang schon nicht mehr der SPD-Oberbürgermeister Metzger von damals. Wir sind ja Grünen in der Regierung und wir kämpfen wieder um den Wald. Die Westwaldallianz, wie der Zusammenschluss heute heißt, will eine neue Straße im Wald verhindern. Der Protest von damals hat sich fortgetragen. Und wir schauen nochmal nach dem Hauptwasserauslass heute. Kein Dreck mehr. Eine einzige Slip-Einlage entdecke ich. Kein Vergleich zu vorher. Also geht doch.